Mit wem spreche ich? Soweit es mein Angebot annehmen soll, James. Die Hinrichtung ist für 23 Uhr angesetzt. Im Moment ist seine Existenz nur auf eine Sache ausgerichtet. Sie zu überzeugen, dass er verrückt ist. Und deshalb nach staatlichem Recht nicht hingerichtet werden kann. Er spielt mit dem System. Und lassen Sie es zu, wird er auch mit Ihnen spielen. Edward? Ich stelle Ihnen ein paar Fragen. Ich bin nicht Edward. Ich bin ein Dämon. Dämonen existieren nicht wirklich. Was ist mit Edward? Wir besitzen ihn. Wir? Wenn er erst fertig mit Ihnen ist, steckt er so in Ihrem Kopf, dass Sie denken, Sie wären der Mörder, nicht er. Liefern Sie was, das Sie glaubwürdig macht. Woauf warten Sie? Wahrscheinlich nur ein dummer Zufall. Ich möchte gern mit Edward reden. Mir bringt mich dazu, schlimme Dinge zu tun. Ich kann Ihnen nicht aufhalten. Ich möchte, dass Sie sich etwas ansehen. Sieht so aus, als hätten Sie einen Fan. Ob er das auch mit seinen Opfern gemacht hat? Das versuche ich ja, Edward. Aber Sie müssen meine Fragen beantworten. Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Ich lasse mich nicht ein. Dann bringen Sie, bringen Sie ihn dazu, wegzugehen. Ja? Nein. Ja, jetzt beginnt es. Kannst du es fühlen, James? Kannst du es fühlen? Drei. Zwei. Die Zeit ist gekommen, dir genau zu sagen. Dir genau zu sagen, was wir eigentlich von dir wollen. Ja? Ja. 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 Jeige. Ja. 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 Ich glaube, ich war ja auch. Ich bin nochmal zu母arias.